So, und da sind wir zwei auch schon wieder zurück, denn ich nenne es jetzt offiziell Markus und Daniel Projekt. Grüß euch Leute. Hi Leute. So, ich habe mal kurz nachgeschaut, hier bei wichtigen Items. Uns fehlt, wie gesagt, noch eine Marke. Und zwar fehlt uns die Merkur-Marke. Ja, Merkur war das, glaube ich. Und die finden wir in Luka. Im Land des Blitzballs, in der Stadt des Blitzballs. So. So, Liste. Luka, lange nicht da gewesen. Luka, du hast uns wieder. We will see. So, und zwar müssen wir in die Kabine der Aurochs. Ich glaube, die... Ich meine, ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Es kann auch sein, dass ich mir jetzt gnadenlos verlaufe. Gebt ihm ein Navi! Ach, schaut mal hier, was wir hier haben. Was haben wir denn hier? Ein Jack-Sferoiden. Sehr geil. Anschauen natürlich. Es ist Zufall, dass ich den jetzt hier gefunden habe. Ich wusste nicht, dass er hier ist. Hey, Maren, hast du das letzte Spiel gemacht? Ja. Aber ich verstehe, warum du mich wollte. Du hast nicht gesagt, dass du Blitzball in deinem Zanarkand hast? Du bist nicht ein Sportman, bist du? Du arbeitest auf deine Form? Meine Form braucht keinen Arbeit. Ich bin ein Great Jack. Das ist für meine Kindheit. Du bist ein Kind spielt Blitzball? Ja, und er will ihn mit seinem alten Mann gut. Ja, ich habe ihn gesagt, dass ich ihn nicht verletzt habe. Er hat mir nicht gesagt, dass ich mich für eine Woche gesprochen habe. Ich weiß, was er jetzt macht. Ich hoffe, dass er größer ist. Ich hoffe, dass er größer ist und auf ein bisschen Muscle hat. Ja, auf jeden Fall sehen wir dort, dass Jacked doch nicht so der Ultra-Harte ist, wie er immer tut. Er macht sich schon Gedanken um uns. So, und hier muss ich schauen. Hier, Merkur-Marke, genau. Wir tun mal was für unser Blitzball-Team. Dat Scout Level 1. Aber wir möchten als erstes... Wo haben wir einen... Waka müsste doch jetzt hier... Ne, Waka steht hier nicht. Das Waka ist automatisch in unserem Blitzball. Scout Bots. Team Besaid Aurochs. Okay, der ist noch bei uns drin. Die sind anscheinend alle noch bei uns drin, alles klar. Ja, zum Flugschiff, weil Blitzball wird eine ganz, ganz große Episode in den Spezial sein. Weil mit Blitzball kenne ich mich so gut aus wie mit Mondphysik. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Also Blitzball ist so ganz... Mondphysik, ich dachte... Ach, denn was heißt Astrophysik? So, wir haben wir Scout Level 1, Name Waka Level 3 Besaid Aurochs Vertrag für 99 Spiele. Den werden wir wahrscheinlich auch nicht los. So. Nein, wir wollen nicht den ultimativen Kampf gegen Sin schon betreten, sondern wir wollen in den Makalania-Wald. Denn dort möchte ich, ähm, ja, eine Schmetterlingsjagd absolvieren. Nicht Makalania-Nüsse sammeln? Nein. Das Ganze werde ich, äh, zwei, drei, vier, fünf Versuche machen. Sollte ich es nicht schaffen, ähm, werde ich es halt eben offscreen machen. Oder, ähm, ähm, wie machen wir das Ganze? Ich werde sie versuchen mit Safestates zu spielen. Dann seht ihr es und, äh, lecker Mokka. Ähm, ich werde es mit Safestate spielen. Ihr seht, wo diese Schmetterlinge sind und ich schone meine Nerven. Ich finde, das ist eine relativ gute Idee. So. Ziel ist es, am besten erstmal richtige Ausrüstung anzulegen. So, lalalala. Und tschüss bitte. Habe ich dem Team jetzt die richtige Ausrüstung gegeben? Nicht, dass ich noch Käfig-Items anhabe. Ultima-Schwert, 1000 Füßler, Gegentreffer, alles klar. Gut, aber Ausrüstung. Lulu, Wappen, und zwar das Hasenwappen. Ey, ich sagte das Hasenwappen. So. So, da hätten wir schon den ersten Schmetterling. Und, wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier noch zurückrennen. Hier ist nämlich noch einer. Wir müssen jetzt die blauen Schmetterlinge. Und da habe ich auch schon den ersten roten getroffen. Das darf nicht passieren. Man darf lediglich die blauen hier hinten treffen. Und dann muss man... Warum ist da ein unsichtbarer Schmetterling? Das gibt's doch nicht. So, genau. Dann müssen wir uns hier den holen. Da ist wieder ein roter. Dann geht's hier hoch. Hier ist noch einer. Und da sind wir in einen reingerannt. Das ist natürlich Käse, so. So, mal schauen, ob wir dafür schnell genug sind. So, hier ist noch einer. Und da haben wir einen getroffen. Na, das war ein scheiß Start. So, müssen wir nämlich echt gucken, dass wir hier zügig durchkommen. Okay, dann müssen wir anscheinend innen dran vorbei. So. Ah, Mist. Innen dran vorbei. Innen dran vorbei. Hier runter. Hier ist noch einer. Und da ganz hinten. Schaffen wir ihn noch? Nein. Leider nicht. Gut. Dann müssen wir mal kurz die Ebene hier verlassen. Hm, so ein Mist. Ja, genau. Das dachte ich mir dann auch. So, mal kurz hier hoch. So, und ich glaube, dann dürfen wir das Spiel auch automatisch wieder machen. Nee, dürfen wir nicht. Okay. Müssen wir den kompletten Abschnitt hier anscheinend mal kurz verlassen. Gut. Das haben wir hier jetzt geschafft. Wie ihr seht, es ist wirklich happig. Ja, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir den... Ja, wir müssen anscheinend den hier berühren. So. Und ab nach oben. Hier oben ist der erste. So. Und dann gucken, dass wir wirklich flott diesmal durchkommen. Ohne irgendwo anzustoßen. Ich sagte, ohne irgendwo anzustoßen. Okay. Die sind wir angestoßen. Und da hing der Emo ganz kurz. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. So. Ah, laufen wir an dem vorbei. So ein Scheiß. So. Haben wir den. Den haben wir auch. Okay, das war der, wo wir innen... Äh, wo bin ich denn hier? So. So, hier kommt der, wo wir innen vorbei müssen. Hier außen. Hier. Und diesmal sieht es aus, als wenn wir es schaffen könnten. Jawoll. Damit wäre diese Ebene geschafft. Jetzt weiß ich nur nicht, wo die Truhe ist. Ich meine, die ist im nächsten Abschnitt dann. Hier wäre es auf jeden Fall geschafft. Wir müssen sie in zwei Abschnitten schaffen. Ich weiß nicht, ich gehe mal eben... Also hier haben wir sie ja jetzt definitiv geschafft. Ich laufe mal eben zurück. Ob die Kiste dann irgendwo am Anfang davon liegt. Ach, hier ist sie dann, ne? Weißt du das, oder? Geh mal auf. TF-Port Sphäruid. Was haben wir hier? Ein Allheilmittel. Ah, weiter zurück. Man muss auf jeden Fall eine Truhe öffnen, meine ich. Und selbst wenn nicht, haben wir halt Pech. So, hier ist definitiv keine Truhe, also zurück. Dann müssen wir in der zweiten Ebene halt noch eben diese Schmetterlingsjagd machen. Dann erhalten wir ein Siegel für die nächste Entkoppelung, beziehungsweise Entsiegelung einer Solariswaffe. Das ist, ich würde sagen, das schnellst zu schaffende. Das ist jetzt nicht so ultra affisch schwer. Erfordert halt lediglich so ein kleines bisschen Geschick. Und dass man sich merkt, wo die Schmetterlinge sind, weil man darf halt nur die blauen berühren. Berührt man die roten, erhält man eine Sekunde Strafzeit und muss halt einen Zufallskampf bestreiten. Und hier ist der nächste. Den finde ich etwas schwieriger, weil es mehr Kurven enthält. So, dann wollen wir ihn mal berühren. Und die Kameraperspektive ist hier ein bisschen schnoddelig, sag ich mal. So, hier ist der nächste. Dadurch, dass ich es mit Safestate spiele, habe ich es natürlich einiges einfacher. So, hier ist der nächste. Und an dem laufe ich natürlich vorbei. Okay, schön. So, haben wir den auch. Und laufe in den rein, auch geil. So. Welchen berühre ich denn hier bitte? So, machen wir das halt eben so. Wenn du mich trollen willst, troll ich dich zurück. Elabage, so, hast du davon. So, und hier, und hier. Ach, berühre ich den da nicht. Lass dich berühren. So. Boah, da war ein ultra fieser Lack gerade drin. Weiß ich, ob man das gesehen hat. Das war auf jeden Fall kein Safestate Lack. Kasus Knacktus ist diese Ecke hier. Boah, ist das fies. Hilfe. Hilfe. So, das hätte man nicht geschafft. Hier wäre der letzte gewesen. Dafür muss man hier sehr geschickt durchkommen. Oh, was für ein Scheiß habt ihr gesehen. Okay, das war auf jeden Fall meines Wissens nach der letzte. Dort. Ohne Safestates ärgert man sich hier in bunten und sollte man wirklich in einen roten Schmetterling reinlaufen, kann man es eigentlich schon vergessen. Ihr habt ja gesehen, dass es so schon verdammt knapp wird. So, schauen wir mal. Hier hätten wir einen. Hier ist einer. Den nächsten haben wir hier. Aber wenn ihr seht, dass es kurz leckt, habe ich einen Safestate gemacht. Oh, hier hoch. Jetzt war hier wieder einer. So. Hier. Schauen wir mal, ob wir jetzt besser dran sind. Aber das sieht trotz der Zeit noch viel schlechter aus als eben. Oder meine ich das bloß? Nein, das sieht schlechter aus. Oh, leckofunny Melitta. Ich weiß gar nicht, kann man den Weg auch rückwärts beginnen? Ich meine, man kann ihn nämlich nur von hier aus benutzen. Okay, noch ein Versuch. Seht ihr selbst mit Safestates und wirklich fast perfekter Route ist das echt ein Affenzahn hier. So. Jetzt wissen wir ja einigermaßen, wo die Dinger stehen. So, Nummer eins. Nummer zwei. Ach, was mache ich denn da? Ja, das kann ich gleich vergessen. So. Da renne ich da wieder dran vorbei. So. Na, da bin ich vor die Wand gerannt. Das ist scheiße. Das kostet Zeit. Und da habe ich den wieder nicht bekommen. Also, der steht minimal mystisch, würde ich sagen. So, das haben wir diesmal relativ schnell bekommen. Und wieder sieht das verdammt eng aus hier. Na, komm schon. Diese Ecke hier ist die Hölle. So, aber diesmal... Oh, was soll der Scheiß denn? Komm, nur ein klitzekleines bisschen besser hier um die Ecke. Oh. Es gibt's auch nicht. Hölle, Hölle, Hölle. Na, komm schon. Das geht schneller hier. Oh. Wahnsinn. Da fehlt mir da 0,1 0,2 Sekündchen. Da haben wir's geschafft. Puh, würde ich behaupten. Puh, puh, puh. So, und hier vorne haben wir eine Kiste. Jupiter-Siegel. Hier haben wir's erhalten. So, damit wäre das erste Siegel der, äh... Side-Quest, sag ich mal, erledigt. Das nächste Siegel... Hm... Ja, das würde etwas länger dauern. Also entweder machen wir jetzt die... Ne, die 200 Blitze machen wir definitiv nicht. Aber wir können ja eine etwas lustige Side-Quest machen. Und zwar wäre das die Kaktoren-Quest in der Sanubia-Wüste. Oh, hauaha. Ja, da erinnert sich jemand da dran, glaube ich. Oh, hauaha. Das ist eine sehr lustige Side-Quest, weil, ähm... Ja, diese Kaktoren wollen mit uns Verstecken spielen. Ich weiß, dass ich hier ein Umweg gehe, aber... Allein zur Unterhaltung ist das ja auch mal schön. Ähm... Diese Kaktoren, ähm... Sind sogenannte Wächter, die sich in der, äh... Sanubia-Wüste verstecken und wir müssen sie finden. Und danach so was wie schwarz-weiß-rot spielen, also, äh... Oder wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ich weiß nicht, wie ihr das, äh... In eurer Kindheit, oder wie ihr das generell genannt habt. So dieses, dieses, ähm... Er zeigt uns den Rücken und dreht sich dann rum und da müssen alle Leute stehen bleiben. So, ich kenne das unter... Unter dem schwarzen Mann, glaube ich. Oder der tote Mann. Ich weiß nicht mehr genau, wie es bei uns hieß. So, bereit für den finalen Kampf. Liste. Und wir wollen nach Sanubia. Na? Ne, ach, Quatsch, Sanubia. Bikanel, meine ich natürlich. Bikanel ist doch richtig, oder? Ja, genau. So, hier machen wir einen Save. Dann würde ich sagen, Ausrüstung checken. Ja, Hasenwappen ist drin. So, dann die altbekannte Wüste. Wie wir sie lieben. Merkt ihr auch dieses Kratzen am Hals? Oder liegt das dann an, dass ich wieder zu viel geraucht habe? Ich würde eher sagen, das liegt daran, dass du viel zu viel geraucht hast. Hm. Alles Interpretationssache. Meinst du? Weiß ich sogar. Ja, das Spiel schreitet sehr mit großen Schritten voran. Aufgrund, oder ich sag mal, dank der Save-States, die ich benutzen kann, sind diese Sidequests einigermaßen schnell zu erledigen. Ne, nicht, dass ihr hunderttausendmal sehen müsstet, wie ich, äh, jetzt, ich meine, ihr seht schon, dass ich faile, aber ich muss da nicht jedes Mal von vorne anfangen. Also, das wäre halt kontraproduktiv, äh, wenn wir uns eine Sache halt 50.000 Mal angucken müssen. Das geht erstens in die Parts und zweitens wird's halt mit der Zeit auch langweilig. Deswegen sag ich mir ganz einfach so, dann spiele ich's lieber mit Save-States und ihr seht, was dadurch entsteht, anstatt, ähm, wir uns da halt 50.000 Parts mit beschäftigen. Ich meine, hier dieses, ähm, das Spiel, das wir jetzt gleich mit denen spielen, das ist relativ geil gemacht. Und, ähm, das werde ich auch ohne Save-States, denke ich mal, spielen, weil es gibt da, ähm, höchstens, ich glaub, einen Freund, Spheroiden zu gewinnen. Und, ähm, da tu ich mir dann doch lieber meinen, da tu ich mir dann doch lieber den Spaß an und, ähm, ja, wo müssen wir lang? Ich glaub, hier lang. Tu mir den Spaß an und gucke, ob ich's auch so schaffen würde. Hey, seht ihr, die Wüste ist riesig, affig groß. So. So. Jetzt müssen wir, glaub ich, hier rüber. Ist das das Stück? Ja, genau. Oder? Ja, genau. Hier vorne haben wir ja schon den Stein. Ja, da standen wir ja schon mal vor, das hatte ich ja euch in dem wiederaufgenommenen Part der Wüste gezeigt, was es hier mit diesem Steinchen auf sich hat. So, und was es damit auf sich hat und, äh, was diese Spiele genau sind und wo sich die Charaktoren verstecken, sehen wir natürlich im nächsten Part von Let's Play Final Fantasy X. Ich bin der Eish88, der Markus sagt bestimmt auch noch Tschüss. Ja, hallo, ich bin MrDarknessProject und sage Tschöö. Bis zum nächsten Part. Ciao. Tschöö. Ciao.